Und hier die Themen im folgenden Rollen. Heute Journal. Alarmstufe 1 in Dublin. Kunstherzpatient vor der Presse. Und Hilfe für Äthiopien. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt das Heute-Journal mit Klaus-Peter Siegloch und Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen zum Heute-Journal. Und jetzt das Heute-Journal mit Klaus Kleber und Gundula Gause. Einen schönen guten Abend. Man kann sich nicht helfen, man hört genauer hin. Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Einen schönen guten Abend. Fernsehstudios kann man schöner, größer und heller machen. Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Merkel trifft Putin.